Der folgende Versuch zeigt die vier Aggregatzustände von Paraffin. Wir zeigen Ihnen jetzt vier Aggregatzustände. Zuerst zeigen wir Ihnen festes Paraffin. Das ist hier drinnen. Festes Paraffin. So, jetzt machen wir es heiß und melzen jetzt nochmal. So, jetzt gehen wir, wir bringen Schmelzenergie zu und das Ding schmilzt hier. Okay, wir haben jetzt flüssiges Wachs hier drinnen. Machen wir mal einen kurzen Stock. So, es ist so gut wie vollständig geschmolzen, flüssiger Zustand. Wir heizen weiter und machen jetzt gasförmiges Paraffin. So, es siedet, Paraffin siedet. Vorhin kommt der Rauch heraus. Gehen wir nach oben auf den Rauch. So, und jetzt tun wir den Rauch an. Also, das brennt, wie man hier sieht. Vorsichtig. Nein, nicht so. Das brennt mehr ab. Okay, aus. Aus. Nein, nicht. Doch. Warte. Gut, die Idee geht es jetzt mit Wasser zu löschen. Das zeigen wir Ihnen dann unter Explosionen, was passiert, wenn wir da Wasser dranhängen. Aber noch nicht jetzt. Da bitte müssen wir es nochmal. Nein. Danke. 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 Vielen Dank.